Was machst du jetzt hier? Dieses wunderschöne Wummbiel. Machen wir hier die Glötze aus, ey. Und du, Herr Fänger? Weißt du, wie GIT geschrieben wird? Mit K oder G, wie GITTA. Also erstmal hier, oder so 94, Erzbergvorbereitung laufen hier. Wir haben das Wummbiel auf den Namen GIT getauft. Aus dem Grund kommt von Elsterglanz. Wenn sich jemand GIT kauft, bin ich das. So, dann gehen wir mal weiter zum Kofferraum. Wir haben super geladen. Hier vorne das Wichtigste von allen. Die Speise. Super insichert, ja. Wird schon halten. Unsere zwei Alltagsmopeds drin. Ist genug Platz. Im Zug kann man hier mal drinnen pennen. Kinderspiel. Lachslecken. Ja, Elster, da gehst du mal rein. Ach, wenn du sagst, du musst doch scheiße langen. Das kannst du eher ein bisschen. So, wir haben uns noch wunderschön. Im Lacke schaffst du nicht aufs Wester. Fett Orange, ey. Geil. Wo schläft der Elster, hier schläft der Richard, hier schläft der Florie. Hier unsere Sachen. Ich denke mal, wir haben hier noch mit. Pass auf, da hast du noch mal eine Gummipuppe. Brauchst du die denn nacht? Ja. Ja, wir haben eigentlich alles hier, Fenster auch. Warte. Ja, also das ist unsere Toilette. Hier. Kannst du ruhig sagen, dass es drehbar ist. Drehbar, verstärbar. Wasser. Schäumt. Die Kurs. Das ist Racekorn. Und hier. Was ist denn jetzt? Altrete Dusche. Dusch dich mal kurz. Oh! Ich bin Profi. So. Na, äh. Hm. Jetzt zum wichtigen Ding in der Nähe. Aua, hör mal die Hände, ich klemm dir. Speise. Weil, äh, verdorsten dürfen wir ja nicht. Weil, äh, welchen ist der Hitze? Sagst du doch einfach nur. Das ist 40 Grad da unten. Ich bin schüchtern. Welchen ist der Hitze? Ja, na klar. Hier unser Cerarenkochfeld. Natürlich Gas. Natürlich nicht. Halt die Fresse. So. Das ist der Privatsfahrer. Da sind unsere komischen Zeitungen drin. Sind keine Privatsfahrer bei dir? Ja, na, was soll ich hier noch dazu sagen? Waffen? Ja. Ja, äh. Hashtag allesdorfirmentigstuff. Gibt zu kaufen bei ebay-Klanzeichen. Pssst. Ja. Ich hab's repariert. Ja, sorry. Jetzt hab ich's verraten. Na ja, klar. Fragen. Der hier zerschrottet. Das war okay. Ich hab's repariert. Es hielt wieder. Kloppt's mir. Wirklich. So. Das ist hier Felix Minkmann beim Bett. Oh. Doppeltee Jungs. Wir machen gerade Video. Habt ihr gehört? Geht wird mit Doppeltee geschrieben. Echt? Ist doch egal. Ja. Ja, da machen wir jetzt dahinter. Guck, warte. Ich mach mal ein Tee dran. Oh, die Kaffeemaschine. Warte. Das ist ein Stück. Alles ist verfassbar. Entschuldigung. Und dann geh ich noch schminken und dass der kleine dicke Klopf nicht rausfällt. Gibt's Netze. Hangnetze. Wie bei den Anglern. Wie bei den Anglern. Wie bei den Anglern. Lenkrad. 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 Große Lupe. Originales 6-Gang-Getriebe. Dempomat ist ganz wichtig. Brauchen wir auf der Autobahn. Wir können es noch nicht schnell fahren. Aber wir fahren immer sicher. USB für Alyssa 94. Ja, da drin schöne Bettel. Zigarettenanzünder fehlt, weil wir sind ein Nichtraucherbetrieb. Ansonsten Klima. Naja. Standet hier richtig gute Technik. Kannst hier dein Tablet oder dein Handy hier reinklemmen. Geile Sache, ey. Jungen. Ratzpatz. Transformers nennt man es. Warte, wo ist denn der Schlüssel? Alles da warte. Florin, vergisst Benziner nicht zu weit. Halt die Klappe, warte. Wenn ihr noch geht, guckt bin ich das. Jetzt aber es ab. Jetzt richtig kröp. Mach mal ein bisschen. Mensch, da habe ich jetzt gleich, ich hätte mich immer so gerne geschehen. Ja. Nur rück vor Kamera. Ich gehe fest, Junge. Ich gehe fest. Ist das geil. Richard winkt mal hinten. Guckt er den Blöde an. Denk dran, folgt diesen Kerl. Legende. Ja. 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 거예요 was? Du kannst. Der letzte Schritt ist mit der Lorche, dass der Lorche vom 1. Wald in den 2. Wald bekommt, weil der Lorche ist ja vom Aussterben droht, das sind ganz wichtige Tiere. Die hören zum Zeugetieren. Und Jungs, denk dran, wenn ich den Tackle ohne Schäferhund kreuze, muss ich aufpassen, wird ein langer Schäferhund. Und hier, nichts zu verjessen? Nein, Kratz, große Hupe. Man sieht doch überhaupt gar nichts. Man sieht nur Hennigke alias VG Paul auf Instagram, wie er seinen übelst monströsen Oberarm hoch hält, aber man sieht nichts weiter, weil die Arm gehen Licht in der Bude. Man sieht dich nicht. Ganz winken wie du willst, mein Guter. Und da hinten hat es gerade geblitzt. So, zweite Mautstelle in Österreich. Fängersens. Und hier hinten Brenoli 1 und Brenoli 2. Hey, 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 pass auf. Oh je, hoffentlich kommen wir durch und wenn nicht, müssen wir laufen. Es wird schon heller. Es wird schon heller. Haben schon ein, zwei Berge gesehen. Guck mal hier raus. Berg. Und hier die Hashtag, wer ist die weißer Mützen? Und hier die Hashtag, wer ist die weißer Mützen? Möchtest du bitte noch die Story von deinem Blitzer erzählen? Es war kein Blitzer. Ja, wir wollten ja Blitzer, das ist nicht richtig. Es hat zweimal geblitzt, kannst du ruhig sagen. Ja, hast du im Rennsport. Sicher, Andreas, Junge. Wir drehen müssen wie Michael Manni hoch. Ja, aber reiten wir in Saale. Ja, gehe mit. Ja, 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 ja. So, angekommen in Eisenerz, der Busfahrer Florian, Riggensen und Mingi, der Brötchenschmürer, da ist es. Alle Katze. Und hier ist nur 60. Nicht, dass wir wieder geblitzt haben. Scheiße, wenn es die Roller da vorne ist. Hier stehen sie übrigens an. Ja, Tino, du kannst jetzt erstmal was sagen. Wie soll ich denn sagen? Du hast die ganze Kamerazeug vergessen. Ja, aber ich hab doch gerade eine Kamera. Ich find's scheiße von dir, Olli. So, herzlich willkommen am Erzberg. Du hältst voll auf meine Ditte. Kann das sein? Jetzt hält's über mich. Na, herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier am Erzberg angekommen. Nach acht Stunden Fahrt. Schöne Landschaft. Bremsen haben alle versagt. Die Geräten glühen, halten nicht mehr. Aber jetzt wird noch eine Stunde, einmal und halb. Dann geht's rein. Gucken wir weiter. Und hier drinnen schläft Hennigens Paul. Da ist Hennigens Paul. Hennigens Paul, winke mal. Winke mal. Winke mal für einen Fünfer. Hier ist die Kamera. Winke. Gut. Du kannst erst mal eine Bremsenvorstellung machen. Die Bremse, die hat die Qualm-Tattie. Die war wohl nicht heiß. Ich kippe sie jetzt noch. Hat jemand ein Ei? Kommen wir mal. Wagen immer drunter, Rad ab. Dann können wir dein Ei dran klatschen. Was hältst du davon? Welche Eier. Hört gar keine. Na ja. Ein Akku spielt alle. Wagen muss man sich für dich. Wagen muss man sich für dich. Wagen biten. Wagen muss man sich für dich aktiv��em點 finden machen.